Zeigen Sie den neuen Geist Deutschlands. Frau Schaadt? Ja? Die geheime Staatspolizei, bitte kommen Sie mit uns. Auf Landesverrat steht die Todesstrafe. Alles wird gut. Wenn der Krieg aus ist, fangen wir ganz neu an, Friedrich. Du hast mir alles gegeben. Danke, dass Sie gekommen sind, Frau Schaadt. Vielen Dank.